Heute sprechen wir über Sachen, die mir hier nicht so ganz gefallen und die ich auch ein bisschen kritisieren würde. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An erster Stelle möchte ich mich an der ganzen Community für die ganze Unterstützung bedanken. Fürs Liken der Videos, fürs Kommentieren und selbstverständlich auch fürs Zuschauen der Videos, die ich wöchentlich immer rausbringe. Auch möchte ich mich selbstverständlich positiv für die ganzen Kommentare aussprechen, die geschrieben werden. Ich habe in letzter Zeit auch Videos gemacht, die ein bisschen mehr in Richtung Politik gehen oder auch mehr Vergleiche zwischen Deutschland und Polen gemacht, wo ich dann auch manchmal von meiner Seite die ein oder die andere Seite manchmal leicht kritisiere. Und ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal meinen ganz großen Dank aussprechen an die ganze Community, an die deutsche und polnische Seite, wie gut die Menschen miteinander umgehen. Das ist für mich auch ein Zeichen einfach des Zusammenhalts, des Miteinander. Mich freut das dann auch wirklich sowas zu lesen. Da kommen nicht einfach irgendwelche plumpen Hasskommentare. Die Kritik, die kommt, die ist sehr sachlich. Damit kann man dann auch wirklich arbeiten. Und mir gefällt das einfach alles, dass wir alle miteinander so schön umgehen können. Vielen lieben Dank dafür. Kommen wir aber jetzt zum Hauptthema und sprechen über die Sachen, die mir hier nicht so ganz gefallen. Jetzt auch nochmal hier an alle Leute. Nehmen wir das bitte nicht übel. Das sind natürlich Sachen, die ich persönlich so sehe. Das sind hier meine persönlichen Erfahrungen. Woanders kann das natürlich auch komplett anders aussehen. Aber ihr könnt mir das mal auch gerne in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr das vielleicht so ähnlich seht oder ob ich da vielleicht in manchen Punkten übertreibe. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Der erste Punkt, der mir hier ein bisschen ins Auge gefallen ist, welcher mich hier schon stört, ist dieser ganze Parkplatzmangel. In den meisten Gebieten, wo Wohnblocks sind, hat man wirklich Probleme, einen Parkplatz zu finden. Ich finde, die Parkplätze, die sind hier sehr klein gebaut, dass man teilweise, wenn man parken möchte, ein Teil des Vorderteils vom Auto, also ich sage jetzt mal die Schnauze, teilweise auf dem Bürgersteig drauf ist und der Hinterteil des Wagens auf die Straße hinausragt. Also die Parkplätze, die sind hier wirklich kleiner. Zudem sind die auch noch wesentlich enger bebaut. Und noch eine Sache, die ich hier sehr kritisiere, die Leute, muss ich leider so sagen, die parken aber auch nicht immer gerade teilweise schief. Die halten sich nicht an die Parklinien, wodurch natürlich auch sehr viel Platz verschwindet wird, weil man dann teilweise einen hat, der einfach auf zwei Parkplätze drauf steht. Und ich habe dann so das Gefühl, das ist den Menschen hier einfach egal. Was mir dann auch aufgefallen ist, dass teilweise Leute auf Straße und Bürgersteig parken, wodurch da natürlich weniger Platz auf der Straße ist. Und wenn dann Autos aneinander vorbeifahren wollen, muss man immer so ein bisschen leicht ausweichen. Was ich dann auch noch gesehen habe, ist, naja, fast auf dem Zebrastreifen zu parken, was ja eigentlich total verboten ist. Es liegt aber einfach daran, dass hier Parkplatzmangel ist. Genau das Gleiche ist es, wenn ihr mal in Wutsch seid und zur Manufaktura fährt, gerade am Wochenende, das ist hier wirklich die Hölle. Man hat hier verdammt viele Parkplätze, aber man muss sagen, es ist hier immer überfüllt. Die Leute, die parken auf den Parkplätzen so, dass wenn man auf dem Parkplatz selber drauf ist und fahren möchte, man eigentlich schon fast gar nicht aneinander vorbeifahren kann, weil die Autos, die links und rechts stehen, einfach entweder zu weit auf dem Parkplatz hinausragen oder schief parken, wodurch es dann problematisch ist, dann auch aneinander vorbeifahren. Deswegen kann ich so sagen, wenn es um das Thema Parken geht, ist das hier so eine Sache, die mich hier schon ein bisschen stört. Kommen wir zum zweiten Punkt und sprechen über den Straßenverkehr. Hier im Polnisch Straßenverkehr, muss man schon sagen, ist teilweise sehr chaotisch. Die Menschen fahren hier, ich nenne das jetzt mal ein bisschen wilder, vielleicht auch ein bisschen leicht aggressiver, aber manchmal gibt es ja auch Situationen, dass die Menschen hier wirklich sehr rücksichtslos fahren und teilweise sogar gefährlich. Ich kann hier einfach mal einige Situationen erzählen, was mir persönlich widerfahren ist. Ihr könnt mir das auch mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, wie eure Erfahrungen sind. Es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass ich zum Beispiel auf einem Feldweg spazieren war mit der Familie. Jeder weiß, wie Feldwege sind. Die sind jetzt nicht besonders breit, aber man trifft auch mal ein Auto. Man versucht dann auch mal ein bisschen zur Seite zu gehen, aber die rasen hier wirklich mit 50 an einem vorbei, was wirklich sehr gefährlich ist, gerade wenn man mit Kindern spazieren geht, wo eigentlich Autos auch nicht fahren sollten. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr gefährlich. Meine persönliche Meinung ist, dass man diesen Leuten auch auf jeden Fall den Führerschein wegnehmen sollte. Auch worauf man hier achten sollte, wenn man in Pullen über den Zebrastreifen geht, dass auch das Auto wirklich anhält. Das hat folgenden Grund. Es wurde jetzt erst mal vor kurzem, ich denke vor drei, vor circa drei oder vier Jahren, das Gesetz geändert, dass auch wirklich der Autofahrer sich wirklich vor dem Zebrastreifen anhalten muss, wenn Menschen drüber gehen wollten. Früher war hier so eine Gesetzeslücke. Erst mal, wenn die Person wirklich auf dem Zebrastreifen drauf ist, war der Autofahrer dann auch wirklich gezwungen anzuhalten. Laut Gesetz in Deutschland ist das ja ein bisschen anders. Zumindest wurde es mir so damals in der Fahrschule beigebracht. Wenn man nur schon erkennt, dass jemand Richtung Zebrastreifen geht, soll man schon anhalten. Ansonsten fällt man bei der Fahrprüfung durch. Natürlich sind mir auch lustige, teilweise kuriose Sachen zum Thema Straßenverkehr passiert. Zu einem kann ich mich nur ganz gut daran erinnern, als ich die ersten Male nach Polen gefahren bin, war ich in der 60er-Zone und ich bin auch ein bisschen schneller gefahren. Also ich bin in der 60er-Zone ungefähr 70 gefahren und ich hatte wirklich ein LKW hinter mir, der dann auch noch mit der Lichthupe gedrängt hat, dass ich noch schneller fahren soll. Das sind natürlich Sachen, die mich am Anfang sehr schockiert haben. Auch was mir hier schon sehr oft passiert ist, was ich sogar teilweise nicht verstehen kann. Wenn ich schon von Weitem sehe, dass die Ampel rot wird, dann gebe ich kein Gas mehr, um erst an der Ampel zu sein. In der Regel lasse ich dann die Motorbremse laufen. Aber ich habe dann wirklich schon Autofahrer gehabt und das nicht nur einmal, die wirklich 100 Meter vor einer roten Ampel mich noch überholt haben, um an erster Stelle an der roten Ampel zu stehen. Für mich nicht ganz verständlich, aber okay, das sind Sachen, da sage ich, naja, wenn er möchte, kann er gerne erst an der roten Ampel stehen. Habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Der dritte Punkt richtet sich mehr in Richtung Tierschutz. Und das ist hier auch eine Sache, die ich hier fast täglich sehe und was hier schon eigentlich fast zur Normalität gehört. Und das sind hier die Stachelhalsbänder für Hunde. Die sind mittlerweile in Deutschland schon seit einigen Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, circa drei, vier Jahre schon verboten. Aber selbst damals, wo ich auch noch in Deutschland gelebt habe, hat man wirklich sporadisch und super selten Leute gesehen, die ihrem Hund ein Stachelhalsband aufgesetzt haben. Hier in Polen sehe ich das eigentlich täglich, dass Hunde hier mit Stachelhalsbändern rumlaufen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich kein Verständnis dafür. Ich kann das auch nicht verstehen. Zudem auch noch bringen die Stachelhalsbänder nur am Anfang vielleicht den Effekt, später aber nicht, weil sich einfach das Tier an den Schmerz gewöhnt beziehungsweise auch die Haut nach einer Zeit dicker wird. Wenn sich ständig die Stacheln in den Hals reinbohren, wird das Tier irgendwann auch schmerzresistent. Für mich ist das wirklich eine Sache, ich kann das wirklich kein bisschen verstehen. Ich verstehe dieses Ganze im Prinzip nicht. Leute haben mir hier versucht zu erklären, dass die sogenannten Kampfhunde etwas im Kopf haben, dass die das brauchen, weil die aggressiv sind. Für mich ist ganz klar, wenn du nicht in der Lage bist, einen Hund auf normale Art und Weise zu erziehen, dann leg dir erst keinen Hund zu. Ich kann genauso gut einen Pitbull-Sampf machen wie auch einen Pudel ganz aggressiv. Und das hat auch wirklich nichts mit der Rasse zu tun. Und deswegen ist der Punkt Stachelhalsband für mich etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehe. Bei der nächsten Sache möchte ich zwei Punkte gleichzeitig ansprechen, sprich Punkt 4 und Punkt 5. Fangen wir aber erstmal mit dem ersten Punkt an. Und zwar sind das hier die Baustellen. Ich finde die Baustellen hier in Polen, die sind sehr unübersichtlich, sehr chaotisch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die einfach zum Beispiel, wenn man jetzt eine Straße irgendwie umbauen möchte, die einfach aufgerissen wird, man nicht als Autofahrer die Information kriegt, zum Beispiel wo jetzt auch eine Umleitung ist. Teilweise habe ich das sogar selber erlebt, dass man dann auf eine Baustelle drauf zufährt. Umso näher man kommt, merkt man, ach, da ist irgendetwas. Und dann hat man wirklich so ungefähr 100 Meter, 150 Meter vorher ein Schild mit der Information, ja, hier ist Baustelle, aber ohne Umleitung oder Sonstiges, was natürlich das Drumherumfahren jetzt etwas erschwert, gerade wenn man sich in dieser Gegend nicht auskennt. Der fünfte Punkt hat auch ein bisschen was mit dem Thema Baustelle zu tun, beziehungsweise wenn eine Baustelle ist, finde ich, dass dann hier die Wege nicht vorteilhaft für Fußgänger oder auch zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder auch Menschen mit Kinderwagen gebaut sind. Ihr könnt euch ja mal meinen Livestream angucken, den ich mal vor ein paar Monaten gemacht habe. Da bin ich in Wutsch von der Manufaktura zur Piotkowska-Straße gelaufen. Zu dieser Zeit, wo ich den Livestream aufgenommen habe, bin ich auch an einer Baustelle vorbeigegangen. Da könnt ihr mal sehen, wie das so aussieht. Man hat als Fußgänger, als normaler, ich nenne das jetzt mal normaler, gesunder Fußgänger, weniger Probleme, man kann laufen, aber sobald man schon zum Beispiel irgendwie eine Gehbehinderung hat, auf Krücken ist, ein Rollstuhlfahrer ist oder auch mit dem Kinderwagen, hat man da dann schon seine Probleme durchzukommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwo bin im Zentrum und da jetzt irgendwo eine größere Baustelle ist, war das nicht nur einmal, dass ich den Kinderwagen tragen musste, um über gewisse Hindernisse zu kommen. Also ich finde, das ist hier dann schon nicht vorteilhaft gemacht. Und wenn wir jetzt auch noch ein bisschen bei diesem Thema bleiben, ist mir hier auch selber sehr oft aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein Zebrastreifen ist, dass der irgendwie nicht abgesenkt ist, was da natürlich auch wieder dem Rollstuhlfahrer Probleme macht. Manchmal habe ich hier einfach so das Gefühl, dass hier viele Sachen nicht behindertengerecht ist. Auch wenn man zum Beispiel jetzt einkaufen geht, habe ich das hier zumindest noch nie gesehen, dass es extra spezielle, breitere Kassen gibt. Zum Beispiel aus Deutschland kennt man das ja, dass in sehr vielen Supermärkten auch zum Beispiel breitere Kassen sind für Menschen, die zum Beispiel einen breiteren Kinderwagen haben. Das sind Sachen, die mich hier so ein bisschen fehlen, dass einige Sachen nicht behindertengerecht oder jetzt zum Beispiel in meinem Fall kindergerecht sind, wenn man jetzt mit einem Kinderwagen durchfahren möchte. Den sechsten Punkt, den ich hier anspreche, richtet sich eigentlich jetzt nur an Bietronka, weil ich das da jetzt auch nur so im Bietronka gesehen habe. Aber das ist die Paletten, die einfach mitten im Gang stehen. Und es ist nicht so, dass die Paletten nur im Gang stehen, wenn die die Ware einräumen möchten in die Regale. Das ist wirklich so, die stellen die Paletten mitten im Gang und die bleiben da. Und da ist dann auch Ware und davon kann man sich auch bedienen. Und ja, die bleibt einfach da so lange stehen, bis die leer ist. Das ist eine Sache, die mich total stört. Wie auch schon gerade erwähnt, mit dem Kinderwagen ist das dann immer problematischer, dann da vorbeizugehen. Man muss sagen, die Bietronka-Geschäfte, die wurden ja jetzt schon mittlerweile, zumindest die meisten Bietronka-Geschäfte, die ich kenne, wurden ja jetzt schon umgebaut. Früher die Bietronka, wie die jetzt zum Beispiel noch vor drei Jahren waren, da war es meiner Meinung nach noch schlimmer. Da war alles noch enger bebaut. Es ist jetzt schon ein bisschen mehr Platz. Aber ich finde, da sollte sich Bietronka mal ein bisschen Gedanken dazu machen. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich immer weniger in den Bietronka gehe. Die Bietronka hier, die gefallen mir nicht mehr so, so wie es am Anfang war. Ich finde, die sind teilweise günstiger wie andere Geschäfte. Das ist richtig. Da braucht man gar nicht darüber diskutieren. Aber auch wenn es um Obst und Gemüse geht, Qualität der Ware ist auch nicht immer so die beste. Zumindest ist das so mein Eindruck. Ich kaufe sowieso überwiegend mein Gemüse auf dem Markt. Und wenn ich es mal nicht auf dem Markt kaufe, dann gehe ich dann schon in den Lidl rein. Denn meiner Meinung nach ist dort einfach das Gemüse besser. Kommen wir jetzt zum siebten Punkt und sprechen über plötzliche Stromausfälle oder das Abschalten von Wasser. Ich muss sagen, seitdem ich im PUN lebe, hatte ich schon mehrmals einfach mal einen Stromausfall. Also wirklich so, dass alles abgeschaltet war. Von jetzt auf gleich. Ohne Vorwarnung, ohne gar nichts. Dann fehlt hier einem der Strom für circa 30 Minuten. So was kann hier so einmal im Jahr vorkommen. Ist jetzt nicht relativ oft. Aber wenn ich das jetzt mal mit Deutschland vergleiche, wo ich über 30 Jahre gelebt habe, hatte ich nicht einmal einen kompletten Stromausfall. Ich kann mich hier nur erinnern, als hier zum ersten Mal der Stromausfall war. Ich war total schockiert, was jetzt los war. Dann bin ich auch zu meiner Frau gegangen, habe sie gefragt, was passiert ist. Und sie hat gesagt, ach Stromausfall. Sie hat das so locker gesagt, so selbstverständlich. Und ich habe sie dann gefragt, ob sowas hier öfters vorkommt. Und sie hat gesagt, ja, das kann mal passieren. Und das sind hier Sachen, die kannte ich vorher nicht. Natürlich, ich nehme das mit einem Schmunzeln im Gesicht. Aber das ist natürlich so eine Sache, die mich am Anfang total verwirrt hat. Auch schockiert hat, dass einfach ohne Vorwarnung hier einfach mal der Strom abgeschaltet wird. Das Gleiche gilt auch mit dem plötzlichen Wasserausfall. Ich kann sagen, dass ich in Deutschland das einmal in über 30 Jahren hatte, dass nicht nach Zeitterminen das Wasser rechtzeitig eingeschaltet wurde. Wo danach natürlich die Einwohner Theater gemacht haben, haben die sogar noch auf dem Freitagabend jemanden rausgeschickt, der das dann korrigiert. Das war ein Fehler von der Firma selber. Die haben es einfach vergessen einzuschalten. Hier in Polen habe ich das in dieser kurzen Zeit schon wirklich fünf, sechs Mal erlebt, dass mitten beim Duschen einfach das Wasser abgestellt wurde, plötzlich kein warm Wasser war oder sonst irgendetwas. Und man natürlich im ersten Moment verwirrt es, was jetzt los ist. Aber das sind Sachen, die hier passieren können. Was ich hier auch schon erlebt habe, ist, dass zum Beispiel unten ein Zettel an der Haustür dran steht, dass zum Beispiel von 8 Uhr bis 16 Uhr das Wasser abgestellt ist. Man soll das Wasser nicht benutzen beziehungsweise für Vorrat sorgen. Das Problem bei der Sache ist, dass man sich hier nicht immer an die Termine hält. Und ich muss auch sagen, dass ich hier dreimal schon die Situation hatte, dass sie geschrieben haben, die schalten das Wasser um 16 Uhr an und die haben es tatsächlich wieder erst am nächsten Morgen um 12 Uhr ungefähr wieder eingeschaltet. Man muss auch sagen, in diesem Fall, wenn sich das dann auch wirklich in die Länge zieht, hat dann die Wohnungsgesellschaft auch Wagen rausgestellt, wo man sich danach auch selber das Wasser abpumpen konnte. Das waren jetzt meine Dinge, die mich hier nicht so ganz passen oder teilweise stören. Ich bin aber wirklich auf deine Erfahrungen gespannt. Die kannst du mir sehr gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Hier oben werden jetzt gleich Videos aufleuchten, die dich eventuell auch interessieren könnten. Wenn du die Zeit und Lust hast, kannst du sie dir gerne anschauen. Ansonsten danke ich dir wirklich vom ganzen Herzen, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.